heilig leute er ist erster 1 70 hier und eine neue pvp-runde so wie hier und weiter geht es mit letztlich dauert sowohl er war weg so ihr könnt ihr mal raten von denen von denen dieser spruch kommen so m ich schreibe mal drauf dass das hier auf die zukunft auf youtube so da sagt auch schon jemand hallo ich begrüße mal hallo so okay da ist die Tio in der Gilde von uns m hier wo er ist heute ganz gut in der Sv Tor muss ich sagen hat auch schon der Wettbewerb so auch doch also um hier mit dem er ich hatte zocken heute wollen m m ja wir zocken gerne zusammen ein auch im Team Speaks zusammen oft so aber ich sage sein Kanal erstmal noch nicht kann am Ende sagen oder mitten wenn wir einen Punkt gemacht haben oder die anderen halt ne ja klar ähm dann teile ich erst mal die Quest hier ja und die Tio das bin ich nur zu ihm so die kann ich nicht teilen einfach alles was darf man ich würde mal sagen will ich gucke euch zu ach h ey uncool nee nicht den Ball boah ich hab schon zwei Medaillen man ich hab den Ball Hilfe warte mal halt aus ich heil dich dann ach fuk bin runtergefallen ein aber okay war auch da und und nie haben wir schon Punkt anderen auch noch nicht er nimmt immer noch auf oder ja Leute hier Böder Heiler er den ersten glaubt ich gebe auch einen Tipp zu blöder Heiler genau die Wolle kann auch mal voll die Fresse ist falsch er verdammt noch mal ich kann man nicht und wie soll es erwartig stinkt Kupac ich glaube auch so n Rekord da oben ein mit dir und und ein Tier die drei Medaillen auch nicht schon wieder kommen gestorben Mann so und das die Bestätigung von meiner Namen hier war doch immer so den Ort fach ich hab dann wird Leute mit 52 gar ich muss nur mein auch dass er nicht bald man kann Geld Wolbe schießen doch auch mit doch fragt MediPack MediPack und MediPack auch Fakke okay und bitte jetzt nicht zu nur nicht dass ich das nicht gut alles okay oder ja ich glaube ich connecte gleich Beth Epic Fail während der Aufnahme des Connect ich dann aber nicht hochladen und das ist der Klang nach kommst Pakt hat das Leben nicht geholt ich bin da und kannst du dich nicht mehr bewegen ne grad nicht ja wenn du was auf dem Ball irgendwo in nirgendwo wieso stehst du da rum weil ich mich nicht bewegen kann doch du läufst doch ja gut und sucht du dich erst mal eine Runde hier nochmal ja Versuchung so machte alle einfach mal ich mir den Ball ey äh Fakt ist schon wieder ja mitten im Grunde und rüber 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 bis aufgrund der Stichzi ja fast ne das ist noch okay mehr schaffe ich habe glaubt man nicht ja wenn ich mal hochfliege er hat eine heile weiter wohl schade und jörg an die kriegt mit wenn er auf und skype ja sorry muss ich sagen ich weiß auch nicht warum das jetzt kommt so ich hoffe das wird noch was mit meinen YouTube-Channel mal sagen okay jetzt kann ich sagen ja ich bin auch einfach mal hier mein ein bisschen was er nur 170 und um Videobeschreibung gepackt die Linie Pax auch schön und und mann das nicht so richtig scheiß diskonnect was noch gar kein diskonnect ja aber so gut wie noch lockerflock ja ist einer smoke nein wer hat er geschrieben smoke d irgendwas wird ey bitte nicht schon wieder was ich höre nicht x-moke ice hat nicht also falls ich habe geschrieben kurz angeht falls ihr das sehen solltet ab in die Comics wie ich das beheben kann boah das krass bisschen extrem man mach mich auch mit so wenig so scheiße x-moke alt ist Luca mann der schreibt sich ganz für eine Mongo du äh kann es sein dass du gerade Facebook online bist wer cool ja oh willst du sagst du hast einen Relay-Account online wenn die das sehen man die jetzt alle wie du hast edit ihn alle edit 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 oh mein z ich habe sie auch du es abdriven wird gut so erhöht V Felipe versuchte für das ist nicht drei auf die spieler und und dauernd verabschiedet üblich umgebracht ein das nervt voll dieses disconnect man sie hier gerade ein die Faschung so ich versuche die jetzt mal auswendig zu machen und der ist auch noch auch nicht aber manche und wird man ab die Kälte gut geile Kildmann doch hier vorliegen und geilen Kild der Medaillen kommt endlich er ist bei mir und noch mal gut geiler Kiel hier so schön so reingetragen Bolle mit Eder hat Prima heute hat sich noch gar nicht und für den Schloppen ich werde hier so heilen ist du mir nicht und du stehst zum Glück ich nicht sehen er darf nicht nicht den Pass auf dass er dich nicht sieht weiter man gibt es aufgrund ich bin nicht abgehauen meiner so richtig wir kommen schön drauf geben Höhen kommen drauf er mal im Tabakten Warten und mann war mal linken ne gerade nicht gerade müssen mal du weißt es ist auf YouTube kommt ne was hat brauchst du Hilfe gerade bin ich trau mit dem mit DC weh ich mich Puppet und da du bist du noch sorry das ist gerade so ein bisschen zu schlecht läuft mit den Däumen Ecken Gründer 45.000 wenn du bist du noch da ja aber leider bewegt sich was du für Internet waren schade das hier gerade nicht so gut läuft Ah Hilfe ich glaube ich mache erst mal einen Abgang da 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 die Teams sind sehr ausgeglichen oh fuck ey ich will als jemand zerstört ich kill ich noch keine Angst oh ey da sind da ist noch einer der ist noch einer unsichtbar der war unsichtbar oh man du hast mit meinen Kill geklaut KSR sorry dass ich dich rette nein Spaß Puh wie hat man so voll in die Fresse wie hat es geht so richtig ey anstatt anstatt Schaden zu machen heilen mich lieber schön mich heilen schön mich heilen so jetzt versuche ich mal eine 5000er und der ist down ja 5805 hast du geschafft Heilung gemacht okay der ist weg der ist tot heil dich sofort Wattel Acht und Lecker gestehen wird wenn ich an die Wattel ich werde angegriffen Wuppen 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 da oben auch von da oben und vorstelle und Schöder ist baller den runter versuchte ich habe ich verheiratet Wattel kommt schnell schnell drauf alles okay bei dir da unten äh nein Bruder Komma die Lecker die Wegmann komm ich komme und E-Und kann das sein Wolle zu tun es ist die Kraft geschleckt ich sind oder am Lusen äh ja am Lusen weil wir einfach nur Kills machen hey komm was für die Erlangen sieben mit allen ich habe schon 9 mit uns hinter die hinterliegt alles okay alles okay und da ich beschütze dich Alter und hinter uns einer hinter uns kommen wir machen wir schnell drauf ich mache die mal so richtig langsamer es war ich so da ohne Pläne gehen das eine Mütige ist erst mal ja ich habe aber es steht eh gerade in 4 zu 1 ich glaube nicht da war es in der Zeit noch so schön Punkte können ich habe erstmal genau den hau und vor bin denn den dort Inferni Furios ja den mach ich auch schon den bearbeiten schon krass der war behauptet hinter dir hinter dir und ich bin wir helfen unsere wir helfen unsere Fraktion und boom er werde gerade ich angegriffen ach von vorne ich bin hochgeschleudert worden doch entladen ich bei jemand anderem wird heimlich 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 glaube ich ich bin grad gleich selber das hat er hat es ist krass so windig vor allem die 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 und so schulfro das war's dann auch schon wieder ab steht nochmal r so ent kommentiert und abonniert m auch schreibt es in die Kommentare wie es handelt N nämlich Bezug darauf ob wir gewonnen oder verloren haben Nein, verlieren tut man ja auch mal Jo, und dann sehen wir uns im nächsten Pod